Servus zusammen! Ja, nach dem Sport ist vor dem Sport, gerade nach dem intensiven Training oder bei mir nach dem Wettkampf. Ist so eine Routine, wie ich euch jetzt zeige. Eigentlich super, um einfach ein bisschen die Muskeln zu entspannen und zu lockern, um wieder frisch für den nächsten Tag zu sein. Los geht's! Wir fangen im Sitzen an, mit dem Schneidersitz und um einfach mal runter zu kommen. Wir beginnen mit einem ganz einfachen Kopfkreisen, den Nacken ein bisschen zu lockern. Hier dann auch nach rechts kippen, nach links kippen, aber einen leichten Zug. Gerade die Nackenmuskulatur ist bei mir nach dem Laufen schon gern sehr, sehr fest. Dann der Schulterbereich, das ist das Gleiche. Da einfach die Schulterdehnung vor der Brust, den einen Arm rüberziehen, das Gleiche hinterm Kopf machen. Da einfach den Trizeps zu entspannen, aufzudehnen. Das sind die Muskeln, die beim Langlaufen gerade stark beansprucht werden. Das Gleiche auf der anderen Seite, wie man als Kind so schön sagt, der Elefant. Das mache ich wirklich sehr, sehr gern, aber da auch nie zu stark in die Dehnung kommen. Wir wollen regenerieren und nicht die beanspruchten Muskeln dann nochmal zu sehr schädigen. Wie gesagt, der Trizeps wieder mit dem einen Arm hinterm Rücken und dann mit dem anderen da leichten Gegendruck ausüben. Dann noch ein Schulterkreisen nach vorne, nach hinten. Lockert einfach auch nochmal die Muskulatur im Schulterblattbereich, im Nackenbereich. Und jetzt ist sie aktiviert und ein bisschen schon gestretched, um jetzt da in die Massage mit der Fasziergang zu gehen. Da schaut es aber auch auf dieses regenerative Programm zum Gehen, also die Stufe 1 oder 2. Wir wollen jetzt hier nicht mehr nochmal aktivieren oder zu hart in die beanspruchten Muskeln reingehen, sondern da einfach ganz entspannt, wo es euch wohlfühlt, wo ihr den meisten Zug habt. Da vielleicht auch ein bisschen länger verweilen, also diese Übung so lange, wie es euch gut tut und genau an den Stellen, wo ihr vielleicht eben genau die Probleme habt. Für mich wirklich ein super Tool, weil ich gerade im Training nicht immer einen Physio dabei habe und er wird es nicht vielleicht so gern hören, aber das ist schon ein Tool, um gerade die Verspannungen im Nacken, die einfach bei den vielen Kilometern auftreten, da zu lösen, um es da nicht irgendwelche chronischen Probleme zu bekommen. Und da nutze ich die wirklich super gern, vor allem in den Regenerationsstufen und in den Modi. Ja, die sitzende Grätsche, auch wirklich ein super Tool, gerade im Gesäßbereich, in den Adduktoren, beim Skaten, wirklich ganz, ganz viel Beanspruchung und für die Hockposition brauchen wir da wirklich wieder Geschmeidigkeit am nächsten Tag und da sich danach nochmal die Muskeln vorzunehmen, unerlässlich, dass man da einfach schön den unteren Rücken, die Gesäßmuskulatur, die Adduktoren dehnt, aber auch die seitlichen Oberkörpermuskeln, Latissimus und das ist mit dieser Übung wirklich vieles abgedeckt. Aber auch hier gilt, rein spüren, nicht sofort zu harte Bewegungen oder zu tief in die Dehnung zu kommen, sondern sich da langsam, langsam reintasten. Mit dem Schmetterling oder Butterfly, ja auch nochmal eine schöne Bewegung, die mich auch richtig entspannen kann, wo ich dann noch mehr merke, es löst sich im unteren Rücken, in den Adduktoren was, die Beine fallen wirklich nach seitlich oder die Knie seitlich Richtung Boden, also wirklich auch eine sehr entspannende Übung. Dann Hüftmobilisation im Liegenden, da die seitlichen, die seitliche Hüftmuskulatur, die Außenrotation der Beine, das ist wirklich auch wichtig für mich, für das Springen, für den Flug, für die Ansteuerung, da können wir das aus schönem Liegen machen. Wie gesagt, immer bei allen Übungen nie zu tief reingehen, sondern einfach, wie es euch eben passt. Dann haben wir hier nochmal die Gesäßmuskulatur, wenn ihr das Knie zur Brust zieht, dann nochmal den Hamstring, wenn ihr das Bein dann ausstreckt, dann einfach mal in die Päckchenlage gehen, nochmal hin und her wippen und dann die Seite wechseln mit den Hamstrings, das gestreckte Bein ranziehen, die Gesäßmuskulen, wenn ihr das Knie zur Brust zieht, das angewinkelte Knie zur Brust zieht, gern die Augen schließen, einfach entspannen und dann wieder die Rotation, die Hüftrotation, indem ihr das eine Bein über das Knie vom anderen legt und dann dieses Knie über das Bein gelegt ist heranzieht. Mit ein bisschen Druck vom Ellenbogen und dann das Knie von dem oberen Bein nach außen drückt. So könnt ihr das ganz sachte noch intensivieren. Die klassische sitzende Vorwärtsbeuge, da schön auf die Sitzhöcker setzen, damit ihr auch einen schönen aufrechten Sitz habt. Ich mache es sicher auch nicht perfekt mit meinem kurzen Oberkörper. Dann einfach da greifen, wo es euch gut tut, ob das an den Waden ist, an den Fußgelenken, an den Zehen, an den Außenseiten von den Füßen, an der Innenseite. Da einfach auch ein bisschen umgreifen, ein bisschen spielen. Alles ist ein bisschen anders von der Dehnung und da euch rein spüren. Versuchen natürlich immer so lang wie möglich den Rücken zu halten, aber das muss sich dann auch mit der Zeit lösen und ihr merkt, wie ihr tiefer in die Dehnung kommen könnt. Dann stellt ihr das eine Bein über das andere mit dem gegengesetzten Arm über das Knie und dann so eine sitzende Drehung. Nach hinten schauen über das entgegengesetzte, über die Seite, wo ihr das Knie drüber gestellt habt oder das Bein übergestellt habt, dahin drehen. Also diese sitzende Drehung ist wirklich, auch nochmal wirklich von Hüftbereich bis oben hin zur Brustmuskel- oder Brustwirbelsäule wirklich eine schöne Dehnung, wo dann einfach auch vieles sich lösen kann in der Übung. Dann legen wir uns auf den Bauch, die Oberschenkel vor der Seite nochmal stretchen, indem man einfach das Knie abbeugt, den Händen, den Fuß ran zieht und dann, wenn ihr das Knie noch vom Boden abheben könnt, könnt ihr da nochmal das intensivieren. Die Oberschenkel werden mit, weil es auch mit der größte Muskel ist, werden da wirklich ganz, ganz stark beansprucht und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Muscheln auch schön lösen. Dann liegen die Skorpione dann gerade auch nochmal für den unteren Rücken eine gute Mobilisation, um da einfach wieder Geschmeidigkeit reinzubekommen. Dann das eine Bein über das andere legen und dann einfach, ja, nicht zu schnelle Bewegungen zu machen, sondern das auch ganz sachte, aber mit dieser gewissen Dynamik, einfach da die Geschmeidigkeit wiederherstellen. Dann in den Ausfallschritt, da mit, ja, auch wieder dynamischen Bewegungen, erstmal den Hüftbeuger ein bisschen aktivieren, sich da reinfühlen, dann tiefer in die Dehnung zum Gehen, das macht ihr das Knie dann auch gern absetzen und dann einfach richtig tief rein, euch rein spüren, Hände über den Kopf, Hände hinter den Rücken, da einfach schauen, wie es euch gut tut, wie tief ihr reingehen könnt. Auch gerne ein bisschen dynamisch und dann, wenn ihr den richtigen Punkt gefunden habt, da einfach tief rein spüren und einfach loslassen. Versuchen loszulassen, ich weiß, das gelingt nicht immer leicht, mir auch nicht, gerade nach harten Trainings- oder Wettkämpfen, aber da, wenn man den Punkt mal gefunden hat, super cool. Dann entweder mit der, mit eurer Black Roll oder dem Black Roll Ball noch die seitliche oder die Oberschenkelmuskulatur damit bearbeiten. Der Ball ist natürlich präziser, kann man da auch besser auf die Stellen gehen. Mit der, mit der Black Roll kann man natürlich mehr abdecken, geht vielleicht ein bisschen schneller. Ich schaue, dass ich wirklich alle Seiten vom Oberschenkel einmal durchrolle. Das, ja, unterstützt, finde ich, super die Regeneration. Die Durchblutung wird angeregt und, ja, aber hier und da gibt es gerade im Gesäßbereich noch Teile, wo ich nicht so tief reinkomme mit der, mit der Black Roll, wo dann einfach der Black Roll Ball herhalten muss. Da aber wirklich auch schauen, dass er nicht zu sehr in den Schmerz geht, sondern es muss immer so einen, und ich glaube, das, das findet man recht schnell den, den Sweet Spot, wo es, wo es noch angenehm, aber wirksam ist. Und auch da merkt ihr, gerade auch im Hüftbereich, im Gesäßbereich, irgendwann lösen sich diese, diese Verspannungen. Also, mit der Zeit merke ich das wirklich super, wie viel, wie lange ich da, da brauche, um wirklich, ähm, die, wirklich auch die letzte Verspannung zu lösen. Ja, ganz gezielt, dann noch besser, mit der, mit der Fasziagun, ähm, da ist vor allem, ähm, bei mir, die ist, das, das Schienbein, das gerade auch, wenn die Bedingungen auf der Läube tief sind, wirklich immer richtig zugeht, ähm, das Schienbein und auch Waden, die kann ich mit, mit der super bearbeiten, weil es hier auch ein bisschen schwieriger ist, da kann ich nicht so das Körpergewicht von, von mir nutzen, wie bei dem Ball auf der, auf dem Gesäß und deswegen ist das quasi Schien, Wadenbein und vor allem die Fußmuskulatur mit der, äh, mit der Fasziagun, super. Ähm, Fußmuskulatur ist auch ganz, ganz wichtig, sind, ähm, gerade das Langlaufen, aber auch das Skispringen, äh, wirklich, wo viel Gleichgewicht, wo viel die kleinen Muskeln im Fuß arbeiten müssen und da, ähm, ähm, müssen die einfach auch gelöst werden, weil viel Sensorik in den, in den Füßen, in den Fußsohlen sitzen und am nächsten Tag, wenn wir ja gerade diese feine Motorik auch wieder super ansteuern können. und vor allem ist es auch präventiv, ähm, ähm, Verletzungen passieren, gerade im Mittelfußbereich auch durch, ähm, zu, zu große Verhärtungen, habt es selber schon erleben müssen, ähm, zu viel zu Fuß gelaufen und, ähm, ja, das kann man damit auf jeden Fall, ja, präventiv vorbeugen. Dann nochmal mit der, ähm, mit der, ähm, mit eurer Blackroll, die, die, den unteren Rücken bearbeiten, das ist wirklich noch so der, der, der Abschluss, wie gesagt, da will ich wirklich nochmal geschmeidig werden, im Rückenbereich, wirklich die Muskelstränge rechts und links von der Wirbelsäule, ähm, bearbeiten. Und dann solltet ihr wieder fit sein, für den nächsten Tag. und dann solltet ihr wieder fit sein,